Der Weißwurz ist eigentlich eine Pflanzengattung mit zwei Arten, die in Mitteleuropa heimisch sind. Da gibt es die haarfähig vollkommende vielbildige Weißwurz und die seltenere wohlriechende Weißwurz. Beide Arten sind jedoch sehr hönlich, so hönlich, dass sie sich sogar kreuzend K-Absatz zeichnen. Sie wachsen vor allem in lichten Laubwäden, mit ihren SCH-Eck stehenden Stängeln, an denen zu beiden Seiten rege ihm sich beälder wachsen und den darunter herabhängenden weißen Blüten erwecken sie das Interesse des neugierigen Betrachters. Kein Wunder, dass man der Pflanze her magischer Fähigkeiten zusprach. Angeblich sollte es im Absatzzeichen glich sein, verschlossene Trin damit zu Absatzzeichen fnen. Die Beeren der Weißwurz sind giftig, in der Pflanzenheilhunde wird aber der Wurzelstock verwendet. Die Volksheilkunde verwendete die Weißwurz hergegen Herzschke, Diabetes, Rheuma und Gicht. Heilwirkung Adstringierend, beruhigend, Blutzucker senkend, Gicht, Rheuma, Salbe, Herzschke, wissenschaftlicher Name. Polygonatum Offizionale, Polygonatum Odoratum, Polygonatum Multiflorum. Pflanzenfamilie M.U.S.A.Dornix, Rocha C. Folgsmlich-Namen Fiebeltige Weihwurz, Wohlriechende Weißwurz, Salemensiegel, Salmensiegel. Verwendete Pflanzenteile Wurzelstock Inhaltsstoffe Glycoside, Saponine Sammelzeit Herbst, Feier Auch die Gämsepflanze Haferwurz wird manchmal Weißwurz genannt, ist aber in kein Stählweise mit der vielbildigen Weißwurz verwandt. Gemeinsam ist nur die Weihwurzel.